Speed Recruiting Speed Recruiting Speed Recruiting Speed Recruiting Mein Name ist Alain Stöbler, ich bin Geschäftsführer und Inhaber von Rapid Manufacturing und bin heute hier, um die nächste Praktikantin oder der nächste Praktikant für unser Unternehmen zu gründen. Wir haben heute einen spannenden Tag gehabt. Wir haben 20 Kandidatinnen und Kandidaten interviewen können. Wir haben einen gewissen Tag gekommen vom Speed Recruiting. Darum hat jeder eine Liste bekommen, was gemacht werden muss, von Lebenslauf bis Bewerbungsschreiben. Nachher wurden wir trainiert, was gesagt werden muss, was man sagen kann, was man nicht sagen kann. Ich bin glücklich, ich bin bis jetzt bei vier Vorstellungsgesprächen. Ich hatte ganz andere Erwartungen, aber die wurden auf jeden Fall übertroffen. weil ich hatte jetzt ganz viel Austausch mit den Firmen und ich bin recht happy. Ich fand es sehr spannend, wie wir uns vorbereitet haben. Die Coaches haben uns sehr viel geholfen. Es ist sehr gut geworden, ich kann mich nicht beklagen. Wie ich mich vorbereitet habe für Speed Recruiting ist, dass ich meine Nervosität abgestellt habe, indem mich die Leute auch supportet haben. Es war gut, so viele neue Firmen kennenzulernen. Ich habe gelernt, wie man mit den Leuten besser reden kann. Ich konnte mich gut präsentieren, es hat Spass gemacht. Es war ein toller Tag, jetzt geniessen wir den Abend mit dem Aperon. Für die Zukunftigen geben Gas, machen wir weiter so. Benedikt!